herzlich willkommen zu einer neuen folge von china bridge of spirits ich freue mich dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch jetzt spannende unterhaltung und viel spaß so wir sind adira gefolgt wir müssen immer noch der holzschmieden helfen wir sind jetzt weiter ja im land der flammen würde ich fast meinen und im hintergrund seht ihr dort müssen wir hin hilft der holzschmieden ich möchte aber jetzt hier noch mich ein bisschen umsehen ich habe nämlich hier gerade wieder steine entdeckt die ich mit focus und kugel ach nee kann ich nicht es ist hinter dem schirm okay das haben wir noch nicht wir schauen uns kurz hier noch um und dann geht zwar okay da geht es auch nicht weiter hier habe ich eine sache entdeckt die ich aber noch nicht lösen kann ich glaube dass hier ein rot ist ich weiß aber nicht wie ich das lösen kann kommen wir nicht hoch da hinten da ist zu ich glaube wir müssen schnurstracks oh nein okay wir werden jetzt das mal ein bisschen ausprobieren das ist ja cool das ist weniger cool ah ok ich sehe schon komm das machen wir nochmal 20 cool oder so beim so hier nein Der Wahnsinn, schaut das cool aus. Ah, was machst du denn? Da hinten ist was, komme ich da hin, ach so, das war das, wo ich gerade war. Ne, das sind es nix, okay. Okay, da ist wieder der Richtungsweiser. Da habe ich eine Kiste gesehen. Na, geht nicht doch. Gibt es hier noch was Schönes? Schauen wir uns noch ein bisschen um hier. Ah, okay, da kommen wir nicht hin. Okay. Da ist sie. Tja, so sah es mal aus. Das kriegen wir hin. Suche nach Adiras Relikt in den Bildern. Okay. Okay. Ah, okay, überhaupt Stein. So, hier, glaube ich, geht es los. Hier ist ein Relikt. Diese Rücken sehen, als ob sie Teil einer größeren Struktur sind. Ochse. Das ist unser Ochs. Er hat uns die Lande zu entwickeln. Wir müssen ihm helfen. Ich weiß nicht, wie er nach all dieser Zeit funktionieren könnte, aber wir können ihn nicht so sein. Versuch, die anderen Bereichen der Korruption in den Bildern. Ich denke, sie sind verbunden. Okay. 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 Beseitige die Verderbnis. Beseitige die Verderbnis. Das war's für heute. 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 Nein! Das war's für heute. 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 Okay. Get that. Right over there. Okay. 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 Wo war denn das? Wo hat er uns das gerade angezeigt? Mal gucken. Okay. 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 Undo. Okay. Okay. Und dann, nein. No. Geht nicht. Nee, will er nicht aufmachen. Will sie nicht, muss ich ja sagen. Okay. So, und hier geht's nicht auf. Hm, die geht nicht. Nö. Hm. Hm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, hier weiß ich jetzt gerade nicht. Wir müssen, glaube ich, da hoch. Ja, ich weiß schon, wie es geht. Ah, nö. Oh, geht das auch? Oh, krass. Verquetscht. Okay, Moment. Also, wie... Hier ist ja noch... Oh, wieso ist jetzt hier die Verderbnis wieder? Ich hatte es doch... Oh, es hat er nicht gespeichert. Okay, dann machen wir hier. Und dann hier. Geh hoch. Und da noch. Da. Na, komm. So, noch mal. Ich muss mir das erst mal anschauen. Ach, Gott, da ist... Ach, hier ist eine... Oh, wow, 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 Moment. Moment. Brauche ich dann diese Steine überhaupt? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich- Glocke. Tricky. Ich- 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 Sehr schön. So. So, hier haben wir wieder eine Zielübung. So, glaube ich. Juhu. Ja, hallo, somebody. Hallo. Okay. Okay, Brunnen brauchen wir noch. Rufus Scheune noch. Brunnen Scheune. Okay, das ist da vorne. So, bevor ich hier werbe, machen wir es lieber so. Ach nee, das müsste ich eigentlich aushalten, oder? Ja. Ja. Okay. 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 Das war's. nein ach da oben okay noch mal äh was soll ich machen ich glaube ja das muss ich machen okay wir warten noch mal kurz also erst so dann so dann so dann so und dann dann so nicht vielleicht muss ich doch erst rüber wozu brauche ich diese blüte wir gucken erst mal was so gibt hier oh oh god ich will da gar nicht hin ich will mir das noch mal anschauen hier hinten was wir da genau machen müssen ob wir da was noch machen müssen ne ich glaube da können wir gar nichts anderes machen das ist schon richtig so gewesen okay schauen wir mal was wir da hinten finden hm okay Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Da ist eine Blüte. Oh, da ist wieder so ein Schrein. Also ein Abschrein. Hm. Was müssen wir denn hier machen? Oh, da ist wieder so ein Schrein. Ach Gott. Oh. Moment. Oh, wo komme ich denn da so schnell hin? Komme ich doch gar nicht so schnell hin. Kann ich die... Kann ich die treffen? Nee. Das funktioniert nicht. Ich bin nicht weit genug. Nee. Ah, vielleicht muss ich... Okay. Okay. Okay, das hier ist ein bisschen tricky. Ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß aber nicht, wie es geht. Wie soll denn das gehen? Moment. Vielleicht können wir den dauerhaft wieder irgendwie aktivieren. Mal gucken. Ja. Ist das so richtig? Sieht richtig aus. Okay. Jo, sieht richtig aus. Okay. Dann weiß ich, wie es geht. Okay. Okay. Cooles Rätsel. So, jetzt können wir es aktivieren. Wow. Hammer. Oh, ist das cool gemacht. Sehr schön. Ab in den Untergrund. Will eigentlich gar nicht. Oben ist viel schöner. Nicht schon wieder. Nein, du sollst laufen. Mhm. Hmm. Ich hasse diese beengten Sachen hier. Blimm ist das. Hier. Und das. Kann ich dir immer wieder geben, sowas. Ja, ich bin noch getroffen. Aua, du mich allerdings auch. Na. Nein. Ja. Hm. So, ach, das macht richtig Spaß, wenn man das mal einigermaßen raus hat, wie das funktioniert. So, ach, das macht richtig Spaß. Okay, so, da haben wir auf jeden Fall eine, ja, schauen wir mal, was da passiert. Ja, das dachte ich mir, wie komme ich denn da rüber? Ah, ah ja, alles klar, wir müssen den Rottdrachen, müssen hier stehen bleiben und müssen den Rottdrachen da rüber führen. Ja, erstmal müssen wir es treffen. Nochmal. Oh, es hat auch so funktioniert. Ah, nee, schmal, ich muss ja hier. So, schnell rüber. Oh, was, die können durch Wände schießen, das ist ja interessant. Daenger braucht man. Oh, das ist ja pools. Ja. Hier. Das ist doch ein Relikt, oder? So, warte mal, das geht ja auch. So, warte mal. So, warte mal. So, warte mal, das geht ja auch. Ich glaube, da sind wir durch. So, warte mal, das geht ja auch. So, warte mal, das geht ja auch. So, warte mal, das geht ja auch. Oh ja, danke. Okay, hier müssen wir dann wieder reinschießen. Oh nein, das geht ja auch. So, warte mal, das geht ja auch. So, warte mal, das geht ja auch. So, warte mal. So, warte mal, das geht ja auch. So, warte mal. So, warte mal. So, warte mal, das geht ja auch. Ah! Was ist das? Ja! Okay. Was ist denn hier los? Ach Gott. Ach Gott, noch einer. Drei Stück. Okay. Ich habe genügend Platz hier zum Laufen. Hier kommt ja gar nichts. Ah! Ich habe genügend Platz hier. Ich habe genügend Platz hier. Und ich würde sagen, meine lieben Freunde, wir machen hier eine kurze Pause. Es geht dann gleich weiter mit dem letzten Schreien, den wir zu säubern oder den wir zu eilen haben, wenn man so will. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich komme langsam immer besser in dieses Spiel rein. Es wird jetzt auch Zeit, wieder ein paar mehr Folgen von China Bridge of Spirits euch zu geben. Und ich wünsche euch jetzt alles Gute bis zur nächsten Folge. Wenn ihr wollt, würde ich mich freuen. Macht's gut. Ciao.